Hallo miteinander, herzlich willkommen. Ich zeige euch jetzt ein neues Produkt von der EFGOT, eine neue Flachmessel. Er ist ergonomisch geformt, hat eine Abrundung für optimale Schlagenergie und Kerben, damit das Werkzeug nicht stecken bleibt. Das ist das optimale Werkzeug für die Unwohl, Renovationen und Plattenlecker. Mit diesem Werkzeug ist man 25% schneller als alle anderen handelsüblichen Werkzeuge. Darum sage ich dir jetzt bestellen auf fq.swiss.